äh äh ich hab 100 Prozent aber jetzt bin ich dran jetzt bin ich auch hier drin sicher sind und kommt die Wehen für mich es ist gut oder schlecht wir sind die Gnade vor Ort lastet OO alle Tricks 17 als er der hat wirklich was der Tricks Gelder geht ab und es gibt aber noch mehr er hätte gedacht dass er so viel Skil hat alter mit der 2 zu guter Trick von Gegnern bei der E-Kausel kann man auch dann können dann springen da rein das war dumm aber das war der Passiv ja da und wenn wir weiter die Wende nicht kriegen OO jawoll jawoll wie er greift wieder am Kult alter der Alex gott was mach mal mit ein Acham oder was siehste und ich hab ein Assis bekommen obwohl ich so lange nicht gezockt hab lass mich mal heilen was ich hab kein Assis bekommen? nö ich hab aber ey voll geil dass ich mich immer heilen kann ey voll geil dass ich mich immer heilen kann ja um Assis zu kriegen musst du RACIST sein oder so ich bin doch RACIST der Mann sagt doch immer in der Schule zu mir ich wär voll der Nazi yo ja bist du ja auch komm für Schröder wir gehen runter ok gib mal Wunder yo ne warte mal nimmst du einen Gini oder nehm das Plus ich nehm hier den Mann Plus ne die Spritzi darfst du ich dann nicht nennen gell das darf nur dieser eine komische andere Dennis oder wie der heißt was gehen wir rauf lass rauf gehen lass rauf gehen bleib doch doch nein warte auf Arthrox der hat doch seine Passiv äh nein hat der nicht mehr der hat nicht mehr seine Passiv ja deswegen deswegen sag ich ja auf den drauf gehen ja mach ich doch hab ich doch gemacht was du hast ja ok pass auf ich hab ich hab nicht mehr so viel Leben chill halt mal die Minions hier ein bisschen weiter hinten ich muss mich hier heilen jo Digga ja das ist ein neuerer wohl ich auf der reiserser hat doch vielleicht aber ich vermute er es weg gegangen ja und gar ab und das hat geschaffen ich bin bestimmt gleich noch mal geschaffen der Geweck alter die Welt ist auch das ist ok Okidoki, Arti, Shogi, Kogi, Yo! Oh, oh, der Polenstil ist hier drin, der Huri, Sohn. Oh, jetzt bin ich hier richtig drin im Spiel. Digga, mal schaden, du, mal schweinen. Oh, nein, hier sieht Joani, ist going to backport. Wo ist die Huren? Ey, bist du schwul, Artrox? Was? Ja, nice, Digga, nice, Digga. Artrox kommt, warte, warte, ich lauf dir hinterher, ich lauf mir hinterher. Der kommt, geh doch drauf, ne, ne. Pass doch auf! Ja, chill. Ich bin straight auf dem Way, oder so. Ja, bleib, bleib, warte, wir sporten uns Backport. Mama, eigentlich, isn't that heavy? Okay, warte, jetzt, jetzt, warte, wo sind die, wo sind die? Da, da in der Busch. Okay, dann geh rein, geh rein. Nein, ich bin da nicht. Da in der Busch, da in der Busch. Die Vollidioten, halt. Ja. Digga, ich kann ja essen. Braucht jemand Wölfe, braucht jemand Wölfe? Ich. Hm. Aber, na. Achtung! Oh, first time show got you, yo. SS, SS! Die country is straight, alle. Wenn die nicht straight runterkommt, alle, dann alle. Moment. Moment, warte, Moment. Ich brauche noch ein bisschen. Kann ich bitte zu hier? Ah, ne, schade. Das macht ja nur hier, wenn ich angegriffen werde. Doch, ich bin der Beste. Nee, doch nicht. Ich bin doch nicht der Beste. Du bist ein schlechtes Deo. Meint, Digga. Klar. Alla. Die zu den Full AP, oder? Oh, Digga, rennt, rennt, rennt. Ich spiele nicht Full AP, jo. Das ist ja, da kann er nicht sein. Warte, ich kann dir Schild geben. Die bekommen, die bekommen mich eh nicht. Dann ist es los. Los, 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 los. Jawoll, jawoll, jawoll. Easy, Digga, easy. Jetzt müssen wir aber anbekommen, das ist dumm. Auch wenn ich kein 3 gegen 3 kann, ich bin übelst der Motherfucker. Naja, gut, aber, Jonas S. noch die Französisch-Hausaufgaben machen, gell? Äh, ja, die muss ich noch machen. Nice, Digga, nice, Digga, nice. Okay, komm. 3-0, das schafft man. Was, 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 was? No help from Mike. Äh, 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 er muss, er muss uns motivieren und sagt, 3-0, das schafft man noch. Ja, ja. Sicher schafft man das, Pole. Echt cool ist du, Adros. Äh, äh, SS auf der Topline, jo. Los, mach doch! Ja, Alter, SS! Ja, ist doch egal. Gut, gut. Scheiß drauf, das ist nur Sechu. Die ist nicht mal Level 6. Ich kann gleich wieder flohen. Wo läuft die hin? Jawoll. Komm, den krieg man auch noch. Ich mach Schild. Lass doch. Ja, genau deswegen. Ja, chill, Alter, die kann gar nichts. Ich komme, jo. Warte, die kommt zu dir hier straight hoch. Die kommt zu dir straight hoch. Ja, cool, dass sie straight hochkommt, jo. Nee, jo, jo. Ist du da? Straight, ne? Straight. Ist du da? Alter, wieso kommt ihr denn nett? Renn! Renn, Peter, renn! Renn doch einfach, Junge. Wir sind doch hier. Ja. Ja. Okay, war doch niemand. Wir sind doch hier, mein Mann. Wie soll ich das jetzt? Was? 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 das ist der Schlechtalte damals ich hab doch gar nicht die Karte ich hab abgebrochen ich hörte die doch mit mir ich hab die Schule abgebrochen und kurz einen Neuz Euro hat er aber auch er ist auch zu Wort mit dem Pro was ist es schon an okay es gibt es geht es geht es geht um Neeee! Es ist schon nicht! Ich habe noch einen getroffen! Jawoll! Wer tankt? Nein! Ich wurde in Power gestand! Das reicht! Das reicht! Ja! Das reicht! Okay weg weg weg! Geni! 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 Geh weg! Ich muss fahren man! Warte ich kann dir eventuell helfen aber das glaube ich eher weniger Kein Mana mehr! Lass es! Lass es! Ich habe ein Schild! Wir können seine Passiv raushauen! Ich habe keinen Mana mehr! Oh die Wain kommt! Nein! Ich habe keinen Mana mehr! Oh Gott! Schröder! 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 Nein! Nein! Noch einen Schlag! Und der Gule! Noch einen Schlag! Und der Gule! Scheiße Schröder renn! Schröder renn! Ich gebe dir Speed! Nein! Persönlich findest du lustig! Ja! 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 Ja renn! Renn Digga renn! Nein! Nein! Ja! Ja! Digga! Läuft ja! Ja! Ja und jetzt kriegt dein kill rein! Ach schade! 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 Hey komm! Du brauchst gar nicht wegzurennen! Ja?! Alter! Wie geil! Wollt ihr mich warten? Nein! Alter! Wie schlecht! er hat er kann man nur feiern ich nehme ich mal ihren Altar ein das trinkt es aus mit den Schülern zu spielen und komme voll die Nubs ja siehst du und ich gehe jetzt abdrehen das war dumm das war dumm von dir der passiv passiv kommt dann kommt gleich gleich stanz dann stanz dann ja nice das war's muss ich schon sagen Shogart ist geil ist auch die Seiju hat die Alter und der kriegt in letzter Sekunde das Plus Alter in allerletzter Sekunde Beste was gibt ne Beste was was Piepan manch kennst guck mal jetzt seht sie mich hier wo sie dort 1 zu 5 sein die Gäste ich füge sie sich schon in den Arsch weil ich könnte und die Reine gut Sachsen machen du machst gar nichts zu Spaß die Euro jetzt bekommt es mal auch ein 3 ich bin hier schnell auf dem S.S.S.S.S.A. Trox auch das Problem scheiß die Gala ja Aprox macht die Würfe nein ja genau jetzt habe ich Uldi ne jetzt Uldi Uldi was ist Uldi Uldi ist scheiße komm wir bekommen Uldi natürlich ne Sekunde zu spät ich komm und mach Doppelpenetration krass doch mach doch nicht Alex Toll jetzt haste feiert ja sorry Alter hätte ich Flash hätte ich sie gekriegt S S S ha 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 S S komm jetzt mach mal den Tower alter den Tower leute den Tower ja ich halte ihn doch nur ein bisschen schweiz auf Tower ey du guckst sie schon schon grad jo ha 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 dieses Assi Team Alter dicke funktioniert komischerweise aber immer wieder ja ne ne schickst ein Digge push le Tower le Tower jetzt hau dir die Uldi Alter jetzt hau dir die Uldi der Wohlführende ich habe ich die Leute gerne ich habe keine Ahnung mehr wenn du eine Bezahl kommt Geld geht in Mahlomu oder Doran Zwingliow ja man wollte er sich mit Sicherheit ein spieler Jugendlicher Papier und er hat bald und man spielt mit der Mahlur auch wieder auf Mahlomu er hat auch sehr oder 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 die Verlust denn der erste Zeit im Geiste sich gegen ein Full-Arte Team fast noch nun erging der Papi das ist wunderbar und was bringt ihr das auch hier api er hat er sich mädchen ist es bitte deutlich kann nicht englisch aber was bringt die menschliche es ist ja auch mal ist wenn sie auch war hier und so man ja was ich war nicht hat doch hat gesehen an nichts kann sein wo ich hier will die scheiße er hat gesagt und in die Macht und die klar war es jetzt gehabt man ich komme ich brauche er hätte ich wer dafür Pustum durch der Abruckspustum durch ja und die Pusse auch und durch okay von die D4 war er abtisch und alleine ich meinte auch den ja das ist eh voll mies weiss Prozent ich bekomme Schaden und du wirst geheilt dafür Arschloch ich komme jetzt erst mal Homecraft Joris Gula erhalten 35 Prozent seines Angriffsschaden als maximales Leben das ist auch Teil oder ich weiß jetzt nicht was das heißt aber egal wie du Joris spielst, die Gulen werden übelst stark OP, ne? All SS, Jojo Anikid einnehmen ist mir scheißegal, Digga aber schön, dass sie auch mal gemerkt haben, dass sie kein Dings mehr haben ja 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 die wissen nicht mal wozu das eigentlich gut ist boah, ach, das leuchtet rot okay, okay, voll rein, voll rein, voll rein und strahlend auf dem Weg, jo oh fuck er vielleicht könnt euch Love Speed geben aber das ist ja ich hab auch ja aber nee, du verkackst mal wieder, ne? immer diese Pole ich kann mal zu spät, sorry ja, ich will, wie du auch noch zu spät kommst, ey ich will, ich spät und wuchen, so, ne? ich will, ich kann mal habt ihr gesehen, alle, was ich da was ich da gebracht hab, ey wollen mich fürs Blatt, ne, aber nee, ich krieg ihre Mutter ja jo guck mal, ich will, ich schluck einfach nur von Menguhen ach, der Tower greift halt mich an wer tankt, du, okay pass auf, wir müssen jetzt auch da kommen ich aufgekissen slow ja, mehr war nicht drin Digga oh, 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 oh du Flash Mensch und Alter sind wir geil, ey aber da hat es da gedacht, wir kriegen diezu, ne? Ja, ich hab noch S bekommt beieinander Oh, 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 oh oh, 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 oh das war nicht sehr klug Das war nicht so zD Ey, ich bin, voll tot Warte, du schaub' gleich Ulti rein, Ulti! nee, 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 ne, messierhal- 통lo mala soft Super Ulti, mach noch um die Ulti, wenn sie aufgeregert ein Tag hinweg mach ich doch ich hab noch Ghost immer ruhig wo ist er da jetzt drauf der Datei hat sie nicht erwartet du der Datei nicht erwartet der Teil des Waldblütters alleine hier reingegangen ist aber du denkst mich jetzt Alter ja Alter Höhle ist die Mälder was soll das mal hier die Big Place von mir mal wieder na da Big Place oh ja jetzt will sie wieder jetzt will sie wieder den großen Schiff weg, weg, einfach weg ich halte dich schon aus so äh na auf, ich bin's schon mal auf the way drück mit dir äh 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 Alter die Treppen sind einfach nur feierlich Alter warte ich slow in warte ich schaue hoch warte warte so geht lol nicht so wie der Alex spielt ja nur viele ich hätte gedacht er lacht jetzt erst mal aber gut ja man soll dich lachen wenn er sagt du kannst kein lol ja keine Ahnung ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht ach komm du bist mein Ding die Alte nur durch Golem halten hä 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 ja gut wenn sie reportet werden will dann kriegt sie halt Report komm 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 ohhhh oh Digga noch ein bissl hier ist der Speed hier ist der Speed auch nur lag nur lag ja nein scheiße scheiße ja hau ab jetzt kann ich schlauen bäms 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 bä der wollte sich grad der wollte sich grad der wollte sich der wollte sich ey das ist sehr peinlich was die spielen ja ja ach ne und ich dachte ich wär so schlecht Alter das ist immer immer wenn der Schröder irgendwie ganz lange mit Noll gespielt hat dann ist der Assi gut Alter und dann wird er wieder schlechter oder die Gegner sind einfach alles nicht schlecht huuuu OP ok ich könnte Ultima äh du du könntest Tilze gebrauchen ne ok nur aim nur aim ich tank warte oh pass auf pass doch auf Alex da kommt Arthrox nur Arthrox ja warum geht der auf mich ist der dumm ich bin der mit dem meisten Leben jawohl ohhh wo Tygo ja ich komm ich kann jetzt nicht mehr so viel helfen von hinten passt auf nein was sie hat geflasht die Hure alter die ja komm den kriegst du doch jawohl die kriegst du auch noch komm Alter geh doch drauf ja das ist ein Power und ich hab keinen Mana mehr ach so scheiße ohne Mana hat Jurek nicht viel wert meine Träne hat jetzt schon 20 20 denn Jurek ist mal weg und kauft ihr was in dir was kaufen kannst auch ich habe nur 2300 Gold die Sprüche kennen wir alle Lolles hat nice alter nice ey man heute in der Schule ne ne alle da lag einer einfach auf dem Boden und der Alex sagt sie soll ja lass sie mal füllen ich hab hier wieder längst alter ja so ah ich nehme mal einen mach das ich kaufe mir ein paar Schuhe soll ich sagen warum er auf dem Boden lag weil den Jonas gesehen hat na das kann ich mir so vorstellen aber Alex ich muss schon sagen du hast einen Tod das heißt du bist ein Loop ja gut du hast keinen ja siehste und der genital besser 3 ja ich bin also hier der Beste ja gut aber wenn ich nicht der Tank wär dann wärst du auch gestorben ja warum ja weil ich hab mich ja voll in den Tower reingestellt ja daran bist du doch selber dran steht ja ich sag ja auch nicht dagegen ich geh doch nicht einfach so in Tower und fick die im Tower ja ja Hallo Aatrox Na bock zu kämpfen? doch nicht ne klug er schaut stark denn auch aus dass irgendwie da was irgendwie da Gott ist der Aatrox schlecht Alter wir dürfen die jetzt aber nicht irgendwie zu lang wir müssen die sofort zu schnell wie immer geschwärtschen wenn ihn der zu stark weil die sich dann überfahren können boah echt cool mit dir Alter, jetzt habt ihr sie fast. Nein, wieso denke ich? Alter, wie die sich jetzt rüber... Alter. Lass mal. Bäm. Ey, nee, das war jetzt nicht cool. Pass auf. Der Adrox muss gleich einfach hier YOLO reinspringen. Pass auf. Ich krieg irgendwie noch... Muss mir mal rüst, gibt's hier einen Dornpanzer? Nee, gell? Nee, ich guck nicht. Oder? Oder? Nee, wieso nicht. Nee, gibt's nicht, gibt's nicht. Dann kuf ich mir jetzt einfach gefrorenes Herz. Ja, das macht fünf Monate. Ja, hol ich mir das gefrorene Herz. Oh, in Hibito ist wieder da. Oh, weg. Warte, ich bin da. Warte, ich bin da. Jo, gut. Tick mal. Warte, ich muss mich noch schnell heilen. Muss mich nur noch heilen, ja. Gut, jetzt können wir wieder. Ja, nice. Und Arthrox an sich ist so... Warum engaged da niemand? Geil, die hat mich nicht getroffen, ey. Die ist tot. Die ist auch gleich tot. Die sagt, oh, ich hasse das von Vayne. Ja, das ist so ein Scheiß. Die wären alle tot gewesen, wenn die nicht bei ihrer Base wären. Das ist so ein unfairer Vorteil, Alter. Ja, der ist aber nun mal so. Und Arthrox an sich ist sowieso okay. Ich hab hier meine Ult gegeben, ne? Ja, ich weiß es. Mal reingehen. Jetzt kommt aber die Vayne wieder mit ihrem Scheiß Full Life, Alter. Ja, die kann aber nix, siehst du ja. Alter, Flash, dann ist sie unsichtbar, dann rollt sie sich... Alter. Einfach nur lubig. Ja, geil. Nein, der hat das nur leck, der ist wieder da. Gut. Oh, oh, weg. Komm, wir ficken die, ich gebe mir einfach meine Ulti. Los, nie, nie, alter, nie. Warte. Ja, genau, die Fokus nicht, das ist geil. Gut, jetzt bin ich tot. Alter, Asho, Gavi, du bist du denn jetzt... Alter. Wieso läufst du denn oben rum? Jetzt geht's hier wieder in die Base und sind wieder hoch. Alter. Ja, weiß ich doch nicht, was der da macht. So. Was macht der? Der kann doch nicht allein gegen drei gehen. Macht der doch aber. Was ist die vier, 19,9? Die haben es wieder ausgeglichen. Hat ausgeglichen, aber es stand einmal kurz die... Ausgeglichen. Ja, aber trotzdem, wir hatten mal 15 Kills Vorsprung. Ja, da war Jonas auch noch nicht groß gewesen. Der ist noch da, alter. Komm, die holen wir uns jetzt einfach. Warte, das geht, weil wir müssen auf den Jonas warten, alter. Alter, wir schaffen die, man. Nein, alter, trotzdem, Aatrox hat Passiv, die haut ihren Stun rein, wir müssen warten. Ich hab Ulti, du hast Ulti. Nee, hab ich nicht. Ja, wie lange noch? 30 Sekunden. Ja, siehste. Das ist jetzt eine Verarsche, oder? Das war gut, Sato, Anu. Wenn der jetzt wirklich Essen geht, ne, das glaub ich nicht. Und die Uhrzeit, wie viel Uhr ist es denn? Abendessen kann es sein, nur Mittagessen kann auch... Was haben die für Essverhältnisse, alter? Ach, der verarscht uns bloß. Der wird wahrscheinlich nur, dass ich wieder ausraste, alter. Wir müssen einfach nur lang genug rankommen, um die zu ficken. Wir müssen einfach nur... Wir müssen einfach mal langsam den Tower Down kriegen, weil der hielt sich dauernd wieder hoch. Ja, aber wie wollen wir das machen? Das war klar, alter, das war klar. Ja, ist doch... Das ist doch gay, alter. Ist das halt mal echt, weil die einfach ununterbrochen in die Baseback gehen? Und jetzt meinen sie, die wären gut. Ja, das würden sie nicht machen. Ja, da werden sie nämlich gefistet, wären sie da von uns. Oh, jetzt machen die Bot, die machen jetzt so Bot. Wir können jetzt nicht auf die Toplen gehen. Jetzt hauen sie natürlich wieder ab, weil sie jetzt wissen, ah, jetzt kommen sie, jetzt müssen wir wieder deffen. Das ist das Problem! Alter, ohne Witz, ey. Sowas versaut einfach den Spielspaar. Ja, ach, nee. Deswegen habe ich auch so lange nicht mehr gezockt. Zumal das ist bei Atrox das Problem, wenn der nur farm hat, dann wetter OP. Und man kann nicht finishen, weil die einfach... Das ist auch nicht der Sinn vom Spiel verbunkern. Das ist auch nicht der Sinn vom Spiel. Könnten jetzt natürlich schnell die Spinne machen und noch einen kleinen Gold verteilen, noch mehr rausholen. Viel bringt es uns aber auch nicht. Nee, nicht den Tower tanken. Das bringt uns grad nichts. So, jetzt werden sie hier gleich... Alter, das sind zwei Arten. Kauft euch doch einfach Rüstung bis zum Gate nicht mehr? Mach ich doch jetzt, Mann. Wir müssen eigentlich nur einen Down kriegen. Ich werde jetzt mal schnell meine Hulti gegeben, Alter. Ja, wieso mir, Alter? Ich mach keinen Schaden. Ach du! Ich wollte die mir geben. Meine Lebensregeneration ist... Von ihnen, die können einfach dauernd back. Das ist doch scheiße. Okay, wenn Atrox back geht, dann müssen wir es ausnutzen. Wir müssen den Down kriegen. Jetzt oder nie. Ja, jetzt springt... Mach doch schnell die Dauer, schnell die Dauer. Jetzt mach doch Inhibit... Alter. So, jetzt können die nämlich nicht mehr da amt. Jetzt weg, jetzt weg, jetzt weg. Ja, weg. Seit Jonas aus Skype raus ist, läuft es nicht mehr. Weg, der hat Ulti an. Weg, weg, weg. Wenn ich einfach flashen muss oder sowas. Rennt. Gut. Jetzt hat er seine Ulti schon mal raus. Alter, ich hab drei Arten hier, so scheiße. Jonas geht doch noch nicht rein. Der hat doch noch seine Ulti. Bleibt hier, bleibt hier. Nicht weggehen. Na gut, wenn die kommen. Warum muss der weg? Ist der dumm? Kann der jetzt nicht weggehen? Ja, warte, das ist schon besser. Weil die gehen doch auch weg. Ob wir da jetzt mit halben live oder mit voll live, ist das natürlich besser. Lass hier und lass Dings machen. Schaffen wir. Ja, geht, geht raus. Ja, ich geb dir Schild. Schaffen wir einfach durch meine Ghoulen. Guck mal, Alter, die hat jetzt ein ganz anderes Design, Mann. Ja, aber nur die Lebensanzeige. Guck mal, wir drücken der. So, jetzt haben wir sie. So, jetzt lass mich mal. Kaufe mir jetzt hier dieses, äh, wie heißt der, Eis geborene Handschuhe. Die kaufe ich mir jetzt. Ja, ich kaufe mir jetzt gefrorenes Herz, Alter. So, jetzt hab ich genug. Alter, wir müssen einfach nur mega Rüstung kaufen. Sage Ruani macht keinen Schaden. Wenn wir nur Rüstung haben, dann macht die weder die Tower-Schaden noch die Champs. Das ist, das ist das, was wir machen müssen. Ja, mach ich doch. Ich kaufe mir jetzt diesen Handschuhe ganz normal und dann kommt zum Schluss ein Tank-Item, was denn hier nur ins Omen bei mir wird. Und der kauft sich, und der kauft sich Höllen-Zepter, was mag ich. Aber er hat, er hat ein gefrorenes Herz, naja, gut. Boah, das Spiel wird sich jetzt ziehen, glaub mir. Das wird sich richtig lang ziehen. Wenn's nicht sogar fast noch ne Stunde gehen wird. Also, also noch ne halbe Stunde denn jetzt. Wenn die werden einfach so... Es wird jetzt darauf ankommen, wer jetzt nen Ass kriegt, weil wenn die nen Ass kriegen, dann werden die es entweder sofort finishen... Nee, nee, schaffen sie, schaffen sie nicht. Wenn wir einen Ass kriegen, haben wir sofort gewonnen. Ja, das ist klar. Und jetzt holen die auch den Farm wieder auf. Ja, das ist das Problem. Ich muss gegen Sejuani ankommen, du musst gegen Vayne ankommen und der Shogamus gegen... Ich komm, komm! Bleib hier, bleib hier drin, bleib hier drin! Nö, 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 nö! Die können doch ruhig Angst kriegen. Ja, was bringt uns das? Wenn die hier reinkommen, kriegt mal sie. Die werden nicht engagen. Weil die wissen noch, sind wir schwächer. Jetzt weg, jetzt weg. Ja, hau ab, komm. Einfach nur mal ein bisschen herrissen. Dann können die Minions wieder ein bisschen zurückpushen. Wir müssen einfach nur warten, bis die kommen, Alter. Oder unmöglichst dem Shogafra Sex geben, dass er dann volles Leben hat. Ja, man... Er brisst ja einfach nicht. Das ist ja... Er will es bei Champions machen, ist klar, weil wir... Ja, aber die hat so wenig Kuhl und die hat doch bloß eine Minute. Ja, ich weiß auch nicht, warum er es macht. Und ich brauche jetzt Farben, damit ich mein Dings vollkriege. Dein was? Achso. Ein Pild. Aber wenn das voll ist, ist die auch eigentlich kaum noch zu besiegen, einfach. Ja, jetzt, 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 der ist... Der müsste ihn... Der müsste es später machen, bis sie mit dem hochschmeißen. So, jetzt, hier, lass den Nini-Bito machen. Ich lenke die Minions ein bisschen ab. Wenn die reinkommen, lass sie machen. Ja gut, wir hier sind, wir warten einfach hier. Wir warten einfach hier, genau. Die jetzt, wir nicht einfach warten, warten einfach. Jetzt einfach unten gehen, unten gehen. Und unten den Nini-Bito machen, komm. Einer muss aber hier rumbleiben. Ne, wieso? Die gehen ja auf uns drauf und der Nini-Bito ist nicht im Tower, den können wir locker machen. Die trauen sich ja eh nicht auf uns drauf zu gehen. Also von daher kann es uns ja egal sein. Wieso geht die kommt jetzt nicht... Äh. Na, Mist. Pass auf, davon darf ich auch. Okay, die ist aber back, die ist back. Jetzt komm ich mal den... Ja, aber jetzt kommen die wieder hier, siehst du. Jetzt müsste einer von oben wieder pushen. Ja, gut, aber das bringt ja nichts. Deswegen sollte Jonas ein bisschen oben bleiben. Das ist halt scheiße, dass ich jetzt Galio genommen habe, weil die Magieresistenz bringt mir jetzt halt gar nichts. Okay, jetzt, Ulti. Die Vane ist weg, die Vane ist weg. Der überlebt das nicht, der kann das nicht überleben. Okay, Tower, Inhibitor, Inhibitor, Leute, Inhibitor. Ja. Jetzt haben wir die Chance. Ich könnte ein bisschen... Na gut, die Minions kommen. Wir müssen jetzt ganz schnell die Minions hier wegkriegen. Scheiße. Die Arthrox und so. Ja, Mann. Wir müssen zwei, wir müssen zwei wegkriegen. Es reicht schon, wenn wir Arthrox wegkriegen. Siehst du ja? Der hält ja auch nicht gerade sehr viel aus. Hör, wie denn... Wie hat die... Passt auf, bis Vane kommt. Jawohl, die habt ihr, die habt ihr, die habt ihr. Jetzt weiter, jetzt push, 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 push. Ja, ja. Die Minions unterstützen euch. Jawohl, den habt ihr schon mal. Komm, den kriegt ihr auch, der hat keine... Ja, den habt ihr, habt ihr, habt ihr, habt ihr. Habt ihr, habt ihr, habt ihr. Jetzt einfach auf den Nexus draufkloppen. Ja, das schafft ihr nicht, schafft ihr nicht, GG. Doch, doch, das schaffen wir. Ne, das schafft die Vane nicht, meinte ich, dass sie das kriegt. Was hast du gesagt? Ich meinte nur, dass die Vane euch nicht kriegt. Das schafft ihr nicht. Alter, das war jetzt ein Game. Ich hätte gedacht, wir schaffen es nimmer. Ich hätte gedacht, wir schaffen es nimmer, Alter. Ich auch nicht. Weil die waren am Anfang so schlecht. Ja, ja, das ist das verbunkern. Weißt du noch, kennst du noch das Spiel, wo wir doch mal immer getrollt haben und in die Base und dann haben wir im 5 gegen 5 einfach gescheit angefangen und die konnten dann irgendwie 30 Minuten lang nicht das Ding Nexus zu Ende kloppen, aber... Guck mal, wie ich einfach mal der beste im Game war. Das war's. Das war's.